Ein bisschen guten Willen können wir dem DAX immerhin unterstellen, denn wir sehen, dass wir an der entscheidenden Unterstützungsmarke, entscheidend wirklich, naja, das werden wir sehen, aber in diesem Unterstützungsumfeld, das wir ja schon mehrmals erwähnt haben, da ist der Kurs nochmal eben reingefallen, wieder hochgekommen, das soweit die spannende, die gute Nachricht. Im Moment sieht das ein bisschen danach aus, mal gucken, ob mir das gelingt, da, wenn der Tag heute so endet und wir sind nicht mehr arg lange unterwegs, haben wir sogar etwas, was viele als eine Umkehrkerze nennen würden, nämlich einen Hammer, also gar nicht die schlechteste Idee, um vielleicht wieder für die Longseite zu sprechen. Also dieses Ding, kleiner Körper, langer Tail auf der Abwärtsseite, das steht, insbesondere wenn der Kurs vorher von oben runterkam, sehr häufig für einen Wendeanzeiger und deshalb ist es wert, da einen Blick drauf zu werfen. Das umso mehr, weil das in dieser, ich sag mal vorsichtig, Lieblings-Unterstützungszone ist, ja, wir hatten gesagt, so 1500, nein, 15.000 bis 14.800, so in etwa, das Tief war jetzt hier auf dieser Marke 14.800, knapp 20, sowas in der Richtung, hier die Unterstützung. Also eigentlich gute Situation, um jetzt den Dreh hinzukriegen, die Tageskerze, sie ist noch nicht fertig, da müssen wir noch mal drauf gucken in einer halben Stunde oder ein bisschen länger, ob das tatsächlich so schließt beim Index, aber das gibt ein wenig den Eindruck wieder, vielleicht haben wir doch da schon ein paar ganz gute Argumente. Und auch die Freunde der Alien-Wellen oder dieser scharfen und Korrektivbewegung können doch jetzt zumindest mal in den Feierabend so halbwegs positiv gestimmt rausgehen, denn dieser Anstieg, der macht gar nicht den schlechtesten Eindruck. Diese Abwärtsbewegung fehlt noch, aber würde dann nachher eine echte Chance dann ergeben, dass da noch deutlich mehr eben hinterher drankommen kann, mit oder ohne Unterbrechung zwischendurch nochmal. Aber ein versöhnliches Bild beim DAX aktuell, so schlecht sieht es offensichtlich nicht aus. Gucken wir mal, was die Amerikaner machen. Und da ist es noch längst nicht so, sowohl was die Unterstützung angeht, beim Dow Jones zumindest mal noch nicht zu erkennen, immerhin hier ebenfalls so der Versuch, hier ein bisschen wenigstens mal Stärke reinzubringen. Ob das insgesamtige Bild, gucken wir uns das hier an, ist das ein starkes, naja, wenn wir so grob drauf gucken, naja, von mir aus, aber so richtig toll ist es nicht. Das fängt schon damit an, dass das eben nicht eine Flagge in dem Sinne ist, sondern es läuft so spitz zu. Da kann man sagen, ja, ist doch egal, Hauptsache das. Na, es ist aber eigentlich typischer, dass das passiert. Zumindest mal von der Statistik sind diese Szenarien häufiger als diese spitzeren Szenarien. Aber das Bild ist nicht jetzt negativ im Sinne von, das kann gar nicht nach oben gehen, aber er hat die Bringschuld noch zu leisten. Er hat aber ja auch noch ein paar Stunden heute vor sich. S&P 500 ebenfalls noch nicht auf der Superspur. Warum nicht? Ist doch alles ganz gut. Punkt 1 ist, die Unterstützung ist noch ein bisschen entfernt. Das ist keine Pflicht, dass er die erreicht. Also bitte nicht davon ausgehen, da hat er Linien hängen gemalt, da muss der Kurs hin. Ganz so einfach ist es nicht. Er ist tief genug gefallen. Allerdings, wenn er da durchfallen würde, dann würde ich mir dann doch tatsächlich Sorgen machen. Im Moment ist das alles noch gut. Gut, aber wenn ich mal angucke, das Tief, das Tief dieser Bewegung ist aktuell hier. Und das ist jetzt hier die Unterseite. Aber schaut euch diesen Anstieg an. Es ist ein Anstieg. Das ist eine Aufwärtsbewegung. Warum erkenne ich das? Hier war das Tief. Im Moment stehen wir höher. Also muss es rechts vom Tief eine Aufwärtsbewegung sein. Sonst kämen wir ja nicht auf höheres Niveau. Also das ist eine Aufwärtsbewegung, aber mit solchen Gegenbewegungen hier. Hallo, was ist das denn? Das ist keine Überzeugung. Das ist noch sehr, sehr vage. Aus meiner Sicht sind da die Bullen noch nicht wieder zurück an den Tisch. Die sitzen noch und warten und schauen sich das erst noch mal in Ruhe an. Das lässt mich eher vermuten. Ich wage es mal so anzudeuten, dass wir wirklich noch mal einmal tiefer gehen. Vielleicht holen wir uns dann ja doch diese Linie noch mal. Dann sind auch viele aufgeräumt, die sagen, die hätte ich gerne noch mal gesehen. Und dann kann ich wieder einsteigen. Also da spricht noch ein bisschen dafür, dass ein bisschen Platz noch wäre. Aber ihr seht schon, es ist auf der Unterseite begrenzter. Auch der Nasdaq in dem Fall ist an einer Unterstützungsmarke. Wir sehen das hier ebenfalls, dass der Kurs hier eigentlich ganz passend angedockt hat. Aber auch hier gilt, dass die Aufwärtsbewegung auf der rechten Seite noch sehr übersichtlich motivierend ist. Das liegt auch daran, dass so ein Rücksetzer ganz doof als eine Korrektur auszumachen ist. Dafür ist sie einfach noch zu stark. Zeigt aber, wie vulnerable da der bullische Markt aktuell noch ist. Man ist noch nicht so richtig auf der glücklichen Seite mit der bullischen Seite. Und wenn wir uns das angucken, das ist der Anstieg hier im 5-Minuten-Chart. Auch wieder mit so einem Rücksetzer. Sieht alles nicht so schön aus. Also die Amerikaner sind aus meiner Sicht noch nicht so weit. Da würde ich mal vorsichtig sein. Wir sehen, dass wir in der Nähe von Unterstützung, in der Nähe von Wendechancen sind. Das kann man ganz klar so sagen. Aber wir sehen auch, dass der Markt noch nicht den Bock zeigt, hier irgendwas zu tun. Ein bisschen anders ist das bei Gold. Das will ich aber nicht so breittreten. Ihr bei Born for Trading, ihr habt das eh schon gesehen. Die, die noch nicht mit dabei sind, die können sich das gerne noch dazu holen. Und hier sehen wir eine Long-Situation alleine aus diesem Anstieg, dem passenden Rücksetzer hier, was das Tiefe angeht. Auch schön eine ABC-Situation, also ein Anstieg. Wer mehr dazu wissen will, der ist entweder bei Born for Trading richtig aufgehoben oder aber im Trade des Tages. Auf beiden Stellen haben wir unsere Marken angegeben, sodass ihr dann entsprechend euch orientieren könnt. Und ich will nicht sagen, ihr müsst das nachhandeln, aber zumindest, dass man mal gucken kann, ah, okay, so tickt der Markt aktuell. So, damit lasse ich euch jetzt erstmal allein. Guckt selber auch ein bisschen auf den Markt. Euch viel Spaß dabei. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.